3 zu 1, willkommen zurück zu Empyro, Empyreion, Galactic Survival, eventuell, bin ich ganz sicher, also wir wollten Kraftstoff herstellen, Bio-Kraftstoff, dann haben wir hier Input. Und ein Meeres-Eigen-Snack wollen wir auch. Machen wir nochmal Kraftstoff und nochmal den Snack. Wie viel hat das? Mehrwert 75. Gut, dann ab. Ins Feld. Und tun uns auch wieder zurück. So, 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 jetzt müssen wir nur die Kobaltader wieder finden. F Kobalt, Kobalt da. Guck geradeaus. Guck geradeaus. Oh. Eieiei. Eieieiei. So, absteigen. Eins. So. Energieieieie. Das war's schon. Okay, ab. Oh, nein. So. Geh doch. Eisen verarbeiten, zurück zur Basis. Hopp. F. Tatadaa. New Marker. Hopp. Muah. Hilfe. Nein. Ah. Dicke Dinos. Ja. 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 Also. Ein Eisenbahn, ein Cobalt-Wahn. Im Bot. Geräte. Komponentenbauflöcke. Nein. Ja. 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 Das ist ja links. Schauen wir nochmal, Kraftstoffzellen herstellen, Kraftstoffzellen, Kraftstoffzelle, was würde das bedeuten? Einmal wieder. So. Wie geht es weiter? Bild erlegen, Bild ausnehmen. Ganz schön der Wind. Und immer noch Dinos. Keine Dinos. Boah, ich sehe nichts. Das ist der Tumpe. Oh. Da ist da einer. Bist du allein? Nein. Rennt doch nicht. Weg. Ding. Ja. Danke. Es ist ja abgehauen. Nein! Ich bin nicht heiser. Ich bin nicht heiser. Oh! Hier sind klein... ...halla... ...hier mal ein bisschen näher ran... ...er legt... ...trick F... ...hier... ...hier... Haben wir unser erstes Tier erlegt? Ich hätte darum das Motorrad nehmen sollen. Zur Basis Mahlzeit kochen, Kühlschrank füllen. Okay. Es ist wieder so dunkel hier. F. Eine Mahlzeit kochen. Kann doch nicht so schwierig sein. Essen. Gegrilltes Steak. Gegrilltes Steak. Gegrilltes Steak. Noch eins. Hopp. Und damit ist das aufgebraucht. Hopp. So. Wenn ich jetzt wüsste wie ich zu meinem Kühlschrank komme wäre alles wunderbar. Oh. 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 Das mit der Treppe habe ich echt nicht raus. Oh. 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 Hey, doch. Mal davon wieder Hunger. Wo ist die Tür? Dunkel ohne Ende. Ich sehe nichts. Kühlschrank. Okay, boah. Number? Bist du der Kühlschrank? Kühlschrank. F. So, und wo kommst du hier hin? Essen wir mal was? Kontrollpanel öffnen. Basis übernehmen. Was für ein Kontrollpanel? Ich denke aber mal, ich werde das mal eine kleine Pause machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 3, 2, 1, tschüss und tschau.